Hey, hallo allerseits, ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Ach Herr Jemini, ich bin im Nexus gelandet. Gott, wie komme ich denn hier hin? Naja, dahin komme ich einfach, weil Nexus das Königreich dieser Woche ist. Und deswegen gehen wir in dieser Woche nach Nexus. Das heißt, dass ich dort Prüfungen machen kann. Ich habe die Prüfungen hier noch offen bis Stufe 10, das ist gut. Kann ich ein Video wie davon zeigen und natürlich auch die epischen Prüfungen zum ersten Mal. Und dann gibt es hier keine Möglichkeit zu erkunden, aber dafür eben das Tiefengewölbe. Das Tiefengewölbe wisst ihr schon, ich habe gestern nochmal einen Stream darüber gemacht, wie gut und unfassbar wertvoll die Belohnungen sind. Ich habe in der letzten Woche nur 900 Edelsteine ausgegeben und habe dafür eben alle Belohnungen bekommen. Und sogar diese großen Orb des Ruhms oder Orben des Ruhms oder Orbs, wenn ich es nicht lerne, die kriegt man sogar zweimal und die sind so unfassbar wertvoll. Ja, mal gucken, wie es diesmal wird. Die Teams sind nicht so leicht zusammenzustellen. Mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Aber ich glaube, dass ich ein Team gefunden habe, mit dem das sehr gut funktionieren sollte. Am Anfang, also an erster Stelle steht der Zauberstab der Sterne, natürlich die Waffe schlechthin. Dann habe ich Kalika da drin, fügt vier zufälligen Feinden 60 Schaden zu, wird eventuell ein bisschen mehr durch Elementarsterne, das kann sie selbst erschaffen. Dann habe ich den naturgeborenen Wolf und ihr müsst wissen, dass ich mit dem auf jeden Fall auf die erste Figur gehe, damit sie gefesselt ist. Oder, falls ich weiß, dass die erste bald weg ist oder so, dann auf jeden Fall auf die zweite. Aber so, dass ich möglichst immer fessele. Der macht auch einen grünen Edelstein, wenn mein Zug beginnt. Und Weißdorn macht das nämlich auch, auch einen grünen Edelstein, wenn mein Zug beginnt. Das heißt, ich kriege am Anfang des Zuges zwei grüne Edelsteine. Das ist super, dadurch kann ich schon eventuell einen Dreier, einen Vierer oder sowas bekommen. Und der zerstört eine Reihe, kann also ein bisschen Mana sammeln und fügt dem ersten Feind dann Schaden zu, auch nochmal, verstärkt durch grüne Verbündete. Das heißt, beide gehen auf wahrscheinlich den ersten Feind. Und immer wenn der stirbt, kriege ich auch einen Extrazug beim ersten. Und das sollte gut klappen, Kalika macht dann den Rest. Vier zufälligen Feinden 60 Schaden ist ja auch schon etwas. Und der Zauberstab der Sterne sammelt einfach Mana. Wichtig ist, dass ich mit Bogenschütze spiele, wo ich die erste Figur immer erstmal gefesselt habe, damit ich ein bisschen Zeit habe, das Ganze zu entwickeln. Und natürlich sammle ich mit dieser Waffe ganz, ganz viel Mana nach. Ja, das sollte klappen. Ich will euch aber den Hinweis geben, wenn ihr gegen Bosse kämpft, dann gibt es ja Figuren, die gegen Bosse mehrfachen Schaden machen. Ähm, wie zum Beispiel, muss ich kurz gucken, ähm, die Tapfre Püreea. Fügt einem Feind Schaden zu, dreifach, vierfach oder fünfmal, wenn er ein Boss ist. Das macht dann schon Sinn, die dann hier mit reinzunehmen. Vielleicht für Weißdorn oder vielleicht für den, äh, naturgeborenen Wolf. Das, äh, würde ich euch empfehlen. Wenn ihr Kalika nicht habt, könnt ihr natürlich auch das Team noch anders bauen, dass ihr noch eine weitere Schadensmacher-Einheit dazu nehmt. Und ich würde empfehlen, das muss ich mal kurz ordnen nach Basisseltenheit, dass der König Helidor da noch ganz gut reinpasst. Macht Waren Schaden, verstärkt durch Braun. Da könnte man auch dann mit einem Braunen Sturm spielen. Würde auch gut passen. Auf Braun gehen, Weißdorn drinnen behalten, vielleicht sogar Königin Asch, ähm, passt, finde ich auch sehr gut, zusammen mit König Helidor. Also, das wäre eine weitere Möglichkeit. Machen wir mal König Helidor und Königin Asch zusammen rein. Das würde ich dann noch empfehlen, wenn ihr Kalika nicht habt. Aquaria wäre auch ein Ersatz für Kalika. Aquaria braucht allerdings ein bisschen mehr Blau. Ja, so viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Ist nicht so leicht. Ich glaube aber, da man auch Zauberstab der Sterne spielen kann, dass das trotzdem noch ganz gut funktionieren wird. Ähm, klasse. Bogenschütze wegen des Fessens und des grünen Sturms am Anfang. Banner, äh, grün-rot. Das zum Tiefengewölbe. Mh, dann. Was haben wir denn alles an Events? Wir haben, ähm, eine neue Figur, die ins Spiel kommt. Wassergeborene Schreiberin. Gucken wir uns gleich an. Zum Shop, sofort und jetzt. Ähm, die hat. Im folgenden Zauber. Wandel gelb in braun um. Okay, gar nicht so schlecht. Gib allen Verbündeten zwei Magie. Verstärkt durch die umgewandelten Edelsteine. Da denkt man, oh wow. Wenn ich da zehn Edelsteine umwandle, zwölf Magie. Ist doch gar nicht schlecht. Ja, 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 ja. Verstärkungsrate ist 3 zu 1. Das heißt, für drei Edelsteine kriegt man ein Magiepunkt mehr. Also letztendlich, wenn ich dann zehn umwandle, kriege ich drei Magiepunkte mehr. Hm, also dann relativiert sich das Ganze wieder. Sie ist leider nicht schnell. Sie ist leider nicht bemächtigt. Das heißt, dieses Farbumwandeln passiert erst, wenn sie schon voll ist. Und dann gelb in braun. Das ist nicht gut genug für eine wirklich gute Figur. Von daher kann ich euch da nicht raten, mit ihr zu spielen. Aber dringend raten, sie zu kaufen. Weil das Königreich Nexus unbedingt noch Einheiten braucht, um weiter aufzusteigen. Also kauft euch die und levelt sie hoch. Wenn ihr das dann könnt, wenn ihr genügend Ruhm habt. Festival der Federn. Da gehe ich ein bisschen später drauf ein. Ein neues Holiday Event. Dann haben wir Gildenkrieg. Na klar, diese Woche fängt wieder Gildenkrieg an. Ich werde wohl alle Tage es schaffen, bis auf das Wochenende meine Videos zeitnah hochzuladen. Sodass ihr sehen könnt, wie ich gespielt habe im Gildenkrieg. Mit welchen Teams und so weiter. Räuberboss. Räuberboss ist das Wochen-Event. Quasi das Gilden-Event diesmal. Und die Kampagne ist noch dabei. Okay, gehen wir zum Räuberboss direkt rein. Erstmal, wenn man hier einkaufen geht im Shop. Das habe ich schon erstmal gemacht. Die erste Stufe, die zweite und die dritte gekauft. Da gibt es eine neue Waffe. Diese Waffe heißt... Ist das Elementare Wut? Nein. Moment. Ja doch, das ist die Waffe Elementare Wut. Ja, die will ich euch mal zeigen. Und zwar unter Waffen. Elementare Wut. Da ist sie. Die habe ich nämlich aufgerüstet. Erstmal lässt sie braun explodieren. Und alle Verbündeten aus dem Nexus kriegen einen zufälligen Status-Effekt. Danach beschwöre eine Einheit aus dem Nexus nach. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Eine dieser typischen Waffen, die jetzt... Pach, wie soll ich sagen? Vielleicht seit zwei Jahren oder so im Spiel sind. Die sehr, sehr viel explodieren lassen. Und was sie noch macht, sie erschafft einen Erdsturm, wenn man sie voll ausgerüstet hat. Das ist deswegen so wichtig, weil man ähnlich wie beim Bergzermalmer immer wieder einen braunen Sturm macht. Nur, dass man hier noch nachbeschwören kann. Also, unfassbar gute Waffe. Unbedingt holen. Das Einzige, sie braucht selbst keinen braun. Obwohl es viel braun ist, aber sie braucht selbst keinen braun. Na gut. Damit muss man dann irgendwie rechnen oder leben oder was auch immer. Also, diese Waffe holen, würde ich euch empfehlen. Und dann gibt es noch etwas Neues im Spiel, nämlich Prinz Basalt. Prinz Basalt fügt einem Feind Schaden zu. Und, wenn er ein Boss ist, also der Feind natürlich, verursache drei-, vier- oder fünffachen Schaden. Je nachdem, ob ich diese Figur schon aufgewertet habe. Auf Legendär, dann wäre es vierfacher Schaden. Oder auf Mythisch, dann wäre es fünffacher Schaden. Oder ob sie nach wie vor noch episch ist. Dann nur dreifachen. Und warum ist der so wichtig? Weil das einfach der Bosskiller ist. Gegen Bosse macht er dreifachen Schädelschaden auch. Nicht nur dreifachen Magieschaden. Aber, da der Boss quasi nie an Position 1 steht, ist das ziemlich unwichtig. Wichtig ist wirklich hier dieses, sagen wir mal, fünffachen Schaden gegen Sulgoth letztendlich. Denn wir sind ja hier im Räuberboss. An letzter Position steht immer Sulgoth. Und darauf sollte man den sprechen. Und dieser Prinz Basalt ist deswegen noch so wichtig, weil er in diesem Event zweifache Magie hat. Magie wird mal zwei genommen. Und er bringt doppelte Punkte. Das heißt, ich muss ihn einsetzen. Passt gut, weil ich den sowieso einsetzen sollte. Es gibt allerdings noch eine zweite Figur, die auch gegen Bosse Schaden macht. Aber ich brauche den nur einmal. Das reicht dann schon, dass ich doppelte Punkte kriege. Ja, und wie das Team dann aussieht, zeige ich euch auch gleich. Prinz Basalt steht bei mir an Position 1. Hat auch noch 50% Schutz vor Schädelschaden. Super gut. Brauner, wenn mein Zug beginnt. Also ein brauner Edelstein wird er kreiert. Super. Also den werde ich, wenn der voll ist, sofort auf Sulgoth sprechen. So ich denn hier Sulgoth habe. Dann habe ich die tapfere Pürea drin. Die wird auch sofort auf Sulgoth dann sprechen, wenn sie voll ist. Sie ist nämlich der zweite Bosskiller. Sie gibt allerdings nicht doppelte Punkte. Müsst ihr wissen. Also ihr braucht unbedingt Prinz Basalt. Vielleicht auch nur einmal am Anfang. Aber das ist ein Team, das ihr spielen könnt, wenn ihr sehr hoch gegen Sulgoth spielen wollt. Wenn ihr schon sehr weit fortgeschritten seid. Dann wird das funktionieren. Natürlich am Anfang auch. König Helidor fügt dem ersten Feind Waren Schaden zu. Verstärkt durch braune Edelsteine. Und da seht ihr schon, braun ist ganz wichtig. Und deswegen habe ich als Klasse auch eine Klasse gewählt, die einen braunen Sturm macht. Nämlich Barbar. Und die aber auch gleichzeitig fesselt. Klasse Barbar. Da seht ihr bei den Eigenschaften. Alter Attacke, wenn ich rot kombiniere. Das passt alles nicht so gut zusammen. Aber bei den Talentbäumen gibt es hier die Wurzelfalle, der Waldtalentbaum und Stürme, wo ich einen braunen Sturm machen kann. Das solltet ihr einstellen, wenn ihr nicht spielt. Ja und dann Prinz Basalt voll machen. Der geht auf Sulgoth. Die Waffe lässt explodieren und nachbeschwören. Sollte Prinz Basalt weg sein. Kein Problem. Einfach nachbeschwören. Dann gibt es ja immer auch noch die tapfre Pyrea für Sulgoth. Und für alle anderen gibt es dann König Helidor und die nachbeschworene Einheit. Man könnte eventuell auch das Ganze so rum gestalten später. Damit man etwas sicherer ist zum Nachbeschwören. Ich glaube, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Tick sicherer. Könnt ihr euch aussuchen. Hier wäre die Waffe etwas schneller voll. Banner habe ich eingestellt. Doppeltbraun. Weil es ja auch ein brauner Sturm am Anfang ist. Und weil ich mit der Waffe immer wieder neuen Braunsturm mache. Und grün. Das sollte ein Team sein, was gut funktioniert. Und das müsstet ihr auch eigentlich alles zusammen haben. Ansonsten kann ich auch noch empfehlen, gerade am Anfang Kalika vielleicht da rein zu tun. Das wäre ein Team, mit dem man sehr gut anfangen kann, damit es einfach schneller geht. Königin Ash würde auch sehr gut zusammen mit König Helidor passen. Auch die könnte man dann reinnehmen. Da kriegt der vorletzte Spritzschaden. Wird dann nach vorne gezogen. Und auf der Position 1 macht der hier Warenschaden noch dazu. Also das würde auch ganz gut passen. Ja, also hier seid ihr, würde ich sagen, an der dritten Position. Seid ihr flexibel. Könnte zur Not auch Aquaria da reinpacken. Ja, aber später ist die tapfere Perea, glaube ich, sinnvoll. Wenn Zulgoth nicht mehr mit einem Schuss von Prinz Vazal zu töten ist, dann einfach die voll machen und dann ist der weg. Ich hoffe, ich habe bei dem Event jetzt nichts vergessen. Die Punktezahl mal 2 habe ich, glaube ich, auch erwähnt. Was haben wir noch an Events gehabt? Das war es eigentlich. Bis auf das Festival der Federn. Ja, das Festival der Federn, das gucken wir uns jetzt gleich an. Nutze braune Einheiten, um Eventkämpfe zu bestreiten. Jeder Eventkampf bringt dir Tiergeister. Gib Tiergeister dann aus. Also das muss ich finden. Tiergeister, das ist dann die Belohnung. Und ja, ein weiteres Event, Festival der Federn. Mal gleich in den Shop gucken, was ich da kaufen kann. Grimmfeder, eine legendäre Figur. Die, was macht sie denn? Füge den ersten beiden Feinden 45 wahren Schaden zu. Kommt aus dem Wald der Dornen. Danach reduziere ihre Attacke um 7. Das ist nicht besonders viel. Wenn ein Feind stirbt, erschaffe 10 Lilane. Braucht der Lila? Ja. Das heißt also, er könnte sich lupen. Er muss aber dafür sorgen, dass einer stirbt. Sowas ist immer, hm. Weil 45 wahrer Schaden reicht natürlich lange nicht aus, dass jemand stirbt. Das heißt, ich muss den mit jemand anders zusammenspielen. Ich bin, mein erstes Gefühl, ich habe den noch nicht vorher gesehen, ist erstmal skeptisch. Ob das so toll ist. 10% Chance, einen Eulenbären zu beschwören, wenn mein Zug beginnt. Falls ich irgendwo eine Lücke habe. Aber 10% ist also, ach Mann, Entwickler. Also bei jedem, immer wenn ich ein freies Feld habe, habe ich nach 10 Runden, das ist dann der Schnitt, dieses freie Feld mit einem Eulenbären besetzt. Das ist so schlecht. Was soll sowas? Ich glaube, eine der wirklich schlechten legendären Figuren, die jetzt da reinkommen. Ich glaube, viel anfangen kann ich momentan mit der nicht. Die kann man besser machen, wenn man dieses Tier hier noch kauft. Das wird dann die Werte vergrößern. Plus 1 Fertigkeitenpunkte für Grimfeder und das viermal oder fünfmal. Es gibt dann eine Rüstung, die rein kosmetischer Natur ist. Das Interessante für viele Spieler, die Sulgoth noch nicht haben oder die Sulgoth Nummer 2, diesen Sarabesk oder wie der heißt, die den nicht haben. Hier gibt es auch Obdermacht, die man kaufen kann. Das macht vielleicht am meisten Sinn da drin. Okay, wie die Kämpfe ablaufen. Ich muss mal gucken, was ich da alles verwenden kann. Nur braune. Ach Gott, dann kann ich ja alles verwenden. Naja, das ist dann kein Problem. Ich glaube, das wird kein großes Problem. Einfach egal, welches braune Team. Ihr könnt Farbumwandler nehmen. Der große Schlund am Anfang ist auch cool, wenn der voll wird. Einfach verschlingen lassen und dann nur noch Schädel erzeugen. Dann müsst ihr gucken, wie ihr Schädel erzeugt. Gorgotha wäre an Position 1 eine sehr gute Spiel. Auch da gibt es unendliche Möglichkeiten. Was soll ich euch da für ein Team empfehlen? Da werdet ihr schon was zusammenstellen. Wenn ihr Fragen habt oder unsicher seid mit den Teams, gerade wenn ihr noch recht neu im Spiel seid, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich habe dieses Team, ist das gut? Hast du da eine Verbesserung im Kopf oder so? Einen Vorschlag für dieses Team? Macht das gerne. Ich bin ja für euch auch da. Und also dann schreibt mir gerne eure Teams dabei. Gerade für die Leute, die noch nicht so lange spielen. Da will ich natürlich besonders helfen. Wenn ich dann kann. Gut. Und dann schauen wir uns jetzt die Einheiten an, die aus Nexus kommen. Mal gucken, ob das auch gut ist, wenn ich jetzt die Event-Schlüssel ausgebe. Ob wir dann da vernünftige Einheiten kriegen. Ich kann euch natürlich sagen, das ist ja das neueste Königreich. Deswegen gibt es da noch nicht so viele. Es gibt Kalika, die ist irgendwie okay. Es gibt Aquaria, ist irgendwie auch okay. Beide nicht besonders gut. König Heledor ist ganz vernünftig, wegen des wahren Schadens, den er zufügt. Und auch, weil er das noch verstärkt bekommt. Aber alles nicht so komplett überragend. Königin Ash fügt noch dem vorletzten schweren Spritzschaden zu. Ist auch okay. Kann man auch was mit anfangen. Hat auch 50% reduzierten Schaden durch Schädel. Aber ansonsten besticht das Königreich dadurch, dass vor allen Dingen immer Schaden gegen eine Figur gemacht wird. Und dann eben auch in den Eigenschaften der meisten Kreaturen eine Edelsteinfarbe erzeugt wird. Also naturgeborener Jäger ist eine super gute Figur. Er schafft einen Elementarstern. Verstärkt durch grüne Verbündete und grüne Edelsteine auch noch. 3 zu 1. Wenn der Gegner eine Bestie besitzt. Wenn das der Fall ist, dann ist die einfach fantastisch, diese Figur. Er schafft auch grün, wenn mein Zug beginnt und so. Das gilt für viele. Hier ist es zum Beispiel, er schaffe einen blauen, wenn mein Zug beginnt und so weiter. Also von daher sind da viele so eine Elementarfiguren drin. Die Klasse ist ja auch Elementarmagier. Die irgendwie einigermaßen okay sind. So viel fesseln können wie der naturgeborene Wolf. Oder die dann auch Schaden machen einfach und zusätzlich grün erzeugen. Reduzierte Schaden durch Schädel haben auch viele. Shai-Li ist noch ganz interessant. Das glaubt man nicht. Aber das ist viel wertvoller als man eigentlich denkt. Wandle einen Mana-Edelstein in einen Elementarstern um. Und dadurch kriegt man viel Mana, wenn das passiert. Hier würde man einen Braun kriegen am Anfang des Zuges. Also so ist das ein bisschen aufgebaut. Die naturgeborene Wildtöterin ist wenigstens okay vom Schaden her für so eine häufige Figur. Aber ja, es fehlen hier einfach noch einige Figuren. Der feuergeborene Krieger ist in der Arena vielleicht ganz interessant, weil er Rüstung kriegt. Aber vor allen Dingen verbrennt er 2 bis 4 und das ist ja in der Arena nun mal eine sehr, sehr gute Verzauberung oder ein sehr guter Statuseffekt. Ja, also insgesamt, wenn man alles so betrachtet, noch kein Königreich, wo es sich lohnt, hier sehr viele Schlüssel auszugeben, weil es ist noch nicht so viel da. Und die Figuren, die da sind, die sind auch noch nicht so besonders, finde ich. Dann zur Seelenschmiede. Ah, das ist das heutige Angebot. Ah, nicht das heutige, sondern zu dem Festival der Tiere das passende Angebot. Ja, also Sonntag wäre dann etwas kostenlos zu holen. Na schön. Gut, die Seelenschmiede. Jetzt wird's spannend. Bei den Waffen gibt es Natura-Stern. Natura-Stern entfernt alle Brauen, fügt dann einen Feind Schaden zu und gegen Nexus-Einheiten doppelter Schaden. Damit ist es die Nexus-Waffe quasi, die man aber eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Thorns Klinge fügt einem Feind 50 Schaden zu, verstärkt durch Grüne und Elementare mal 3. Also bei 3 Grünen wären 9 Schaden mehr, braucht man alles nicht. Volkans Streitkommen ist okay, das ist die Mischwaffe für Nexus-Figuren. Eventuell, wenn man ein Team nur aus Nexus-Verbündeten zusammenstellt, so wie jetzt im Event zum Beispiel, dann ist das vielleicht eine Waffe, die man ganz gut benutzen kann. Ansonsten braucht man sie nicht unbedingt. Ocea's Welser ist aber eine hervorragende Waffe. Die solltet ihr unbedingt holen. Sie lässt 4 Edelsteine für jeden Blauen und jeden Elementaren Verbündeten exkludieren. Und das ist richtig gut. Also diese Waffe sammelt Mana ohne Ende. Die solltet ihr euch holen. Hat Blau und Gelb, passt super. Eine klasse Waffe. Christoph Sense betäubt alle Feinde, erschafft dann 3 Elementarsterne. Ja, schön, braucht man nicht. Eine Verdammniswaffe. Keine dieser guten Verdammniswaffen. Ich würde sagen, für 900 Diamanten gibt man das nur aus, wenn man seine Sammlung vervollständigen will. Ansonsten braucht man das nicht unbedingt. Und die elementare Wut, die kriegt man jetzt aus dem Event. Ansonsten wäre das natürlich zusammen mit dem Ocea's Welser die Waffe, die man unbedingt holen sollte. Bei den Einheiten gibt es die Tina. Ah, Tina habe ich gestern hochgebracht. Juhu auf Elite Level Gold. Tina ist hervorragend. Sie macht ganz viele Sachen. Zum einen fügt sie unheimlich viel Warenschaden zu. Mit Nischeorden bitte ausrüsten und dann wird der Warenschaden richtig heftig. Dann kriegt sie auch noch Rüstung. Und wenn sie dann Schädelschaden macht, wird 50% der Rüstung. Und die liegt dann vielleicht bei, weiß ich nicht, 300, 400 noch dazu gefügt zum Schaden. Außerdem noch Schadensreduktion durch Zauber. Also richtig klasse. Tina ist eine super Figur. Kann man nichts falsch machen, wenn man Tina im Team hat. Also ein wahres Schadensmonster. Muss man halt nur immer wieder füllen. Das ist der Nachteil bei Tina. Aber die macht eben so viel Schaden, dass man das bei ihr in Kauf nimmt. König Blutholz, eine Figur, die fesseln kann. Wenn man einfach Vierer oder mehr Kombinationen hat. Also letztendlich ist es ein Extrazug bekommt. Dann fesselt diese Figur. Das ist gut und sie macht auch ziemlich viel Schaden. Immerhin ein Feind kriegt schweren Spritzschaden. Verstärkt durch Blutende und Gefesselte mal 8. Das ist schon einiges. Also hat man 2 Gefesselte, sind schon 16 dazu. Und dann noch Blutende. Dafür sorgt er ja auch. Dann ist das schon gut. Und dann steht ja noch 10 Leben. Und das heißt, er bekommt dieses Leben dazu. Also nochmal 40 Schaden mehr. Und er kriegt dadurch 40 Leben mehr. Also kann man gebrauchen. Keine Topfigur. Muss auch befüllt werden. Aber ja, kann man schon mitspielen. Die Mutter der Finsternis ist eine Figur, die okay ist, aber ein bisschen komisch ist. Komisch deswegen, weil sie fügt einem Feind und dem unter ihm wahren Schaden zu. Das ist schon mal gut. Verstärkt durch lila eine Edelsteine. Und sie erschafft auch lila. Sollte einer dieser Feinde sterben. Allerdings, sie braucht kein Lila. Das ist ein bisschen komisch bei ihr. Das heißt, man spielt sie unbedingt mit anderen Figuren zusammen, die wahren Schaden machen. Arachnase Weber lässt grüßen. Und die Lila brauchen. Ja, dann kann man sie ganz gut in einem Team spielen. Aber für mich auch keine der Topfiguren. Und dann haben wir noch eine offen. Und das ist die Erzvertreterin Ivendra. Mit der kann man Schädelschadenteams bauen. Das ist die Figur, die einen super Totensturm macht, wenn ein Feind stirbt. Das heißt, man kriegt super Totenschädel. Und sie selbst wandelt auch gelbe Edelsteine in super Totenschädel um. Und das kann sehr, sehr heftig sein. Aber die braucht 26 Mal. Das ist schon ganz schön viel. Und die muss man also erstmal befüllen. Und dann zusätzlich zu dem Umwandeln verflucht, vergiftet und webe sie ein. Aber mehr nicht. Und jetzt muss man mal überlegen. Es gibt natürlich Figuren wie, ich weiß nicht, Ispala beispielsweise. Sie erschafft auch, oder sie wandelt auch eine Farbe in Schädel um. Keine Totenschädel, aber ein normaler Schädel. Aber zusätzlich noch eine andere Farbe in eine weitere Farbe. So, dass man im Prinzip zwei Chancen hat, extra Züge zu bekommen. Das ist bei Evendra nicht der Fall. Und sie ist halt so teuer. Deswegen spiele ich eigentlich recht ungern mit Evendra oder mit solchen Figuren. Weil es eigentlich legendäre Figuren gibt, die vielleicht einen Tick weniger Schaden machen, aber dafür mehr lupen können. Also ja, auch das ist eine Figur, die da drin ist. Und die wäre auch nicht schlecht. Also es ist jetzt, man kann mit ihr schon ganz gute Teams bauen. Ja, also die beste Figur von denen für mich ist hier Tina. Ganz klar, die sticht da raus. Dann kommen wir noch zu den einzelnen Events. Das Angriff aufs Territorium hier, da geht es um den Schwellennexus. Die Haustierrettung am Mittwoch ist der Graue Malkin. Keine neue Figur. Die gibt es schon im Spiel. Dann die Klassenprüfung allerdings. Die ist bemerkenswert, da will ich natürlich drauf eingehen. Die Klasse ist Elementarmagier und das ist die vielleicht beste Klasse im Spiel. Oder zumindest gehört sie auf jeden Fall zu den Top 3 Klassen im Spiel. Die ist einfach super gut. Will ich nochmal kurz drauf eingehen. Elementarmagier hat von der Eigenschaft diese dritte Eigenschaft, die keine andere Klasse hat. Nur Elementarmagier hat das. Betäube, Gefriere, Verbrenne und Fessle einen zufälligen Feind. Deswegen ist diese Klasse auch gerade im Gildenkrieg, der ja morgen quasi richtig beginnt, so, so wertvoll. Und dann kommt beim Talentbaum noch dazu, dass hier drei ziemlich gute Talentbäume zusammenpassen. Stein, Stein mit dem Barriere bei Braun, mit dem zusätzlichen braunen Mana und mit der Immunität gegen was weiß ich alles mögliche. Und Stürme mit dem braunen Sturm. Das passt hervorragend. Und wenn ich dann noch Wasser drin habe, wo ich jemanden gefrieren lassen kann, wo ich selbst, also mit Blitzeis, wo ich selbst Immunität gegen Gefrorene einstellen kann und dann auch noch untertauchen kann, da bin ich dann auch noch flexibel. Je nachdem, was ich gerade brauche. Eine fantastische Klasse, vielleicht die beste Klasse im Spiel. Kann ich nur empfehlen, unbedingt hochspielen, wenn ihr den Elementarmagier noch nicht hochgebracht habt auf 100. Spielt dieses Event und spielt es so viel, wie ihr könnt, damit ihr einfach hier Punkte sammelt für den Elementarmagier. Am Wochenende wird es dafür entspannt. Es ist nämlich Arena. Und ja, Arena spielen nicht sehr viele. Das liegt daran, dass die Belohnung einfach so furchtbar ist. Und dass auch gleichzeitig, dass der Kampf dann jeweils immer so lange dauert, wenn man Pech hat, richtig lange. Ja, das spielt eigentlich kaum einer. Vielleicht einen vollen Durchgang, aber dann war es das auch schon. Und ja, insofern hat man Wochenende ein bisschen Zeit. Aber wir haben ja zu tun. Wir haben ja den Gildenkrieg. Wir haben die Tiefengewölbe. Wir haben Dungeons im Tag. Und natürlich haben wir auch den Räuberboss. Gut, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, dann schreibt das gerne wieder in die Kommentare wie letztes Mal. Ich konnte leider unter der Woche nicht viel spielen. Deswegen habe ich die Kommentare nicht so beantwortet. Verzeiht mir das. In dieser Woche sieht es wieder anders aus. Ich werde die Kommentare wieder zügig beantworten. Und freue mich von euch zu hören. Lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Woche. Am nächsten Sonntag um 5 gibt es wieder meinen Stream. Diesmal geht es um die zweite Diamantina, die ich mir schmiede. Und ob das überhaupt Sinn macht. Bis demnächst. Euer Fando sagt Tschüss.